Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 jetzt schon minus 5,4 wird es aber wieder niedriger minus 9 minus 10 minus 11 der schwebt das ja minus 13 temperatur kannst du mal schon auf minus 10 minus 20 mehr wie drei ausgeschlagen ich weiß noch gar nicht ob ich ein level 20 bin aber es könnte eventuell der krampus oder der gehänkte was gesagt minus 20 bis minus 10 genau wird nämlich dann der rumpunk empfänger mit kamera wo ist die voodoo puppe keine ahnung ich habe nichts mitgenommen mehr da war es gibt kasse wegwerfen was ich höre irgendwo was aber da ist er zu weg geworfen wo du puppe wirft wo du puppe weil die klebt ja ja definitiv wirft die ganze umeinander aber ich habe kein ich habe das maximal was er gehört aber drei ausschlag ja dann ist der gehänkte vermutlich ein ausschlag habe ich oder was ich das wird 123 und links an der hand zu verstanden aber ich fast nie höre ich höre einen sound also weil ich bei der tür raus will ja dreht sich schon wieder ah da ist noch ein keller komm mal mit da ist es kalt aber ich habe immer noch dreier ausschlag ich habe es einmal schon ich glaube es ist der gehänkte weil ich noch nicht level mir wird gerade bitter in dem raum und da geht es ab ich glaube ich renne mal oh ich habe da unten bin ich glaube er kommt aber er will mich ich habe schon wieder ein dreier ausschlag bringt das was in der hocke zum sie dabei hat dass er wieder so geschmissen ja das ist die voodoo puppe die wirft die ganze umeinander aber ich will auslöse haben wir dann auch nur da zwei wir haben schon einmal verwirrt einmal geplasma absorgt weil das wo man vielleicht noch ich schau mal was unsere tafel dass er sieht und ob ich noch etwas mitnehmen kann aber wir haben aber nicht irritiert auch sie dass das erst noch hat gut wie man irritiert durch das geht sowieso nicht so viel geld die sada das kinder spielt sich werflich trotzdem das andere rohr mal mit noch nicht hilft diese busspuren geht es auch keine das datt auch passen für den gehänkte der rumpfung empfänger oder switche brett wenn er gut also das hätte jetzt noch nicht ich möchte uns vielleicht das ist ja das das irritieren wissen wir ja komm schon mit den keller aber der eine raum ist wenn es keine interaktion wäre wäre der gehänkte jung und gequält ist könnte man auch die lagen ich probiere mal martin drei versuchen keine interaktion rumpfung empfänger haben wir gar nichts gemacht wirst du mal kommen der gehänkte jung und gequält die und lockt das mal wieder der gehänkte jung und gequält und dann kann ich da her und deine daten hochladen den bestätigen okay ist sie okay also schützt ist kruzifix wieder also kann man ja aber noch voll viel sachen kauf oder so detektoren oder richtungssystem und so züge aber das kostet ehlendig viel geld ist der hätte den ausgeben einmal die drohne und so züge okay das heißt weihwasser ich nehme mal ein feuerzeug mit zum kerze anzünden ich nehme mal weihwasser das ist salz goldene bombe die goldene bombe können wir nachher noch brauchen wir brauchen weihwasser und salz ich nehme salz noch mit ich nehme die goldene bombe noch mit hast du das weihwasser mit nein achso woher die taschenlampe nein 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 ich nehme es mit ich lasse die goldene bombe da die brumme erst mal und jetzt habe ich ein ding ein kreuz salz und weihwasser für was denn hast du die taschenlampe wäre schon gut nicht ah nein easy alles ok also was ist denn das erste weihwasser ok muss ich werfen oder eh drüber ja weihwasser muss werfen und salz muss anwerfen ok werfen mit klick werfen oder mit links klick ja und da kommt er nein ich wollte gerade klicken dann ist er weg ja da muss man sitzen weil sonst müssen wir das zueg immer wieder kaufen und die dinge kosten stelle bis 150 dollar oder so ich zünde mal der wilde kerze an das zählt im voraus schon ah da ist er oben ah ja super dann musst du gleich das salz neu schmieren ah darf ich kann ich ah jetzt wird es langsam ich habe nicht gesehen dass das das nächste war ich glaube so schnell oh er ist aber schon wieder da ah er ist schon wieder weg er hat die Tür zugemacht der Palunke er knurrt auf dem radio ja echt ja ja aber er ist gequält das was der ist von uns ein aggressiver oh 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 da wird es kalt bei mir ich weiß gar nicht wo du bist oh er hängt da bei mir boah jetzt sind wir als dunkel g'si und auf einmal ist er in der Ecke baumelt im Bad ich sehe leider gar nicht wo du bist er irgendwann muss er der verfolgt mich die ganze Zeit er baumelt mir die ganze Zeit hinterher ich höre es jetzt er war gerade im Erdgeschoss und jetzt habe ich ihn verloren aber ich will doch nur das Spielzeug finden ich meine im oberen Stock habe ich es jetzt nicht gefunden ach er müsse er hat wieder ein Ding auch nicht da wieder der Weg abgesperrt da schneit es hin ab dem Fluff weichspülen gibt es da wo ist er denn? ich weiß es nicht ich finde da das Spielzeug nicht wo ist denn das Spielzeug hin? das wäre noch easy money wenn man das findet ah der geht raus wow wo ist denn das Spielzeug hin? das wäre noch easy money wenn man das findet ah der geht raus wow da ist er ah er ist wieder weg maa er ist too fast too furious naa da ist er auch nicht da geht es hinten raus das habe ich gar nicht gesehen da kann man ja auch raus und rein ja er hat irgendwas zugemacht ah ich seh ich seh ich seh maa er ist so schnell ah da ist er ah super was haben wir jetzt nicht gefangen eine Kerze äh Kerze im Haus da hast du schon die goldene Bombe ist von dir ja nein er ist vor mir gehängt ich habe geschossen und es hat nicht gezählt ab und zu zählt das nicht wenn er irgendwie so animiert hat jetzt muss ich die blöde Bombe wieder um ein Vermögel kaufen 100$ ey ich hörte wo hast du es wegwirft selber schuld da kannst du euch den Pokéball schon mal mitnehmen da bin ich schon im Rucksack ja ja wir schauen mal ob ich noch das Spielzeug da jetzt finde ja ich finde es aber nicht was kann das so sein? ja bei einer Holzeisenbahn oder ein Teddy Bear oder so ein äh ich weiß zwar nicht in welcher Welt oh Gott in welcher Welt ein Rechenschieber ein Kinderspielzeug ist aber ja wenn wenn ein wenn ein Vater Mathelehrer ist ist das sicher ok das Spielzeug könnte unten im Keller sein gell da bin ich jetzt fast nicht unten oh er schaut vor mir oh oh da ich habe aber das Kreuz er kann mir nichts tun nein nein er töte dich nicht wenn er dich verschleppt ah ich hab's nein er hat mich nicht verschleppt er hat mich attackieren wollen er war mit seinem Gesicht in meinem Gesicht das war nicht so freudig ah da hängt er schon wieder ja ich hab das Spielzeug gefunden ich bringe dich jetzt zuerst mal in Sicherheit finde ich nicht mehr raus oder will ja er war da der noch was haben wir noch vor Aufgabe äh irritieren soll man aber wenn wir einfach wegfahren alle Wasserhähne im Haus aufdrehen schützt 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 nicht schützt schützt nicht schützt eine Bombe anwerfen jetzt gehen wir mit dem Pokéball Wasserhähne aufdrehen das ist ja gleich oder willst du noch Wasserhähne zuerst aufdrehen wir können es probieren wenn er dich attackiert hier seid hier seid er tut wieder so ein Klötzchen rum auf einmal ah er geht auf mich aber ich habe ja ein Kreuz er kann mir ja nichts oder normalerweise nicht mehr er kommt RISDS ich habe ihn gepokéball oh noooon ich habe es nicht gesehen ich habe mich am Schluss schon ignoriert ich glaube er war eigentlich freundlich eigentlich war er ein Kollege tief im Herzen eigentlich war es ein Kollege